ein wunderschönen guten morgen hier in navisgeln mit mir der lasco ich die ganze nacht verprügelt habe da drauf steht bisschen haben wir hier unsere der penner lasco hat hier schon mal einen eingang gemacht immer so vulgär für da unten ja das war es auch schon ich muss von unten bauen ja ich und bauen es ist bei uns alles eher zweckmäßig so vier uhr luft ist rein auf die halle wo das war knapp ich bin auch einfach nach vorne gelaufen müsste ja hier hier nicht aber hier gott ist das hoch so 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 da ist die leiter die wollten wir eh weg kloppen die bänke braucht kein mensch ne die brauchen wir nicht hab meine facke hier dran so du bist durstig ich bin durstig der gebietsschutzblock wird jetzt unser neuer altar ich mach mal kurz jetzt erstmal so mit frames dachte ich mal bevor die mich gleich überraschen beim bauen machen wir direkt ne machst du gleich wieder eine tür hier rein wenn ich holz habe ja hast du das jetzt wirklich gesagt ja ich habe jetzt gerade nicht mehr so viel enttäuscht von dir die schnauze ich habe schon zombies ach ja ganz leise aber ich sehe da gerade nur so ein wildschwein herlaufen okay dann war es ein wildschwein vorsichtig da ist auch da ist auch ein zombie bin ich nicht ganz da passiert schon zugemacht ja gut hier wird aber zwei türen erstmal sitzen haben wir auch immer noch wenn sie durch eine durchkommen haben wir die zweite noch oh gott was wird das hier werden hast du jetzt auf das wildschwein geschossen ja und und zombie rennt da gerade um nein das hast du jetzt mit zweimal bekommen schon ja zwar mal in den kopf unser scharfschütze mal gucken ich hab jetzt mal gut glück ja ich hoffe ich kann da bauen hier ist ja so ein ding können wir uns hier zugute machen und und hier weiter ordnung was nein knochenbruch hast du uns blind ich bin hochgesprungen und da war dann die dachschräge und die hat mich dann wegge ah herrlich herrlich ich esse mal meinen chili dann habe ich die stamina erstmal oben und dann trinken wir direkt mal das wasser dahinter ja ich habe 29 fleisch bekommen freut mich alles hast du ein splint nein splinter schiene ja schienen ist gut stoff fetzen habe ich leider verarbeitet klebeband ich schau mal bin ich langsam alter kommen von wo ich gefallen bin dass ich nicht tot bin ist alles oh man oh man oh man ah ich weiß schon ich habe den sarg gelootet dankeschön bitteschön nehme ich gerne was haben wir denn hier klebeband oh gott ist das träge klebe habe ich aber kein duct tape leider äh guck mal irgendwo müssten wir eigentlich was haben auch dann fehlt mir der stoff warte nochmal ich schau nochmal duct tape nee habe ich nicht gesehen kleber kleber ja aber nicht klebeband kriege ich überhaupt ein frame gesetzt wenn ich so ein knochen habe das geht dann versuche ich mich jetzt wieder auf mein gerüst zu bauen ich wollte gerne leiter haben die uns dann halt nach oben führt aber noch besser da drauf und dann da an die wand mal gucken irgendwie sowas ich versuche noch mal auf die gefahren dass ich sterbe gleich ja noch ein hoch sehr gut kommen sie da abnehmen vielleicht reicht das hier auch schon was ich hier gemacht habe wir können uns hier oben eine zwischenetage bauen ja gut wir brauchen holz raffael ja ich bin doch schon dabei dass du mich schon 3000 hast du wundern nicht lustig ja nee ich habe diesmal keine kettensäge kommt noch so mushroom spores ja man pilze sehr gut muss dann morgen mal oder so ein beet anlegen direkt lass die paar samen schon mal wachsen warte mal wenn wir hier in zwischenbogen oh fuck you leiter ehrlich eine zwar schon zu viel okay dann kann ich die bis hier setzen einen noch dann brauchen wir jetzt schon eine wood frame der die ganze geschichte hier festhält jawohl passt gut werten wir den gleich auf gott bei mir eine baufolge dass das das noch geben wird ähm so nehme ich die lieber nicht weg sonst könnte das passieren dass der uns zusammen kracht wir brauchen wahrscheinlich erstmal wegen physik und so hier eine befestigung so würde ich sagen jetzt können wir uns hier kurz runter bauen dann würde die nächste leiter hier runter gehen mal gucken wenn ich den jetzt weg nehme sieht gut aus jetzt habe ich noch ein holz zwei holz noch scheiße raffael ja komm raus ich kann hier nicht runter gerade warte mal kann ich da dran äh scheiße nein so jetzt ich bau erstmal soweit ich kann ein paar leitern habe ich noch sechs stück ich bin gespannt ob man die die lampen die hier überall hängen mit elektronik nachher verbinden kann dass die leuchten das weiß ich nicht das wäre interessant zu wissen so ähm hallo guten Tag da hast du holz haben sie holz dankeschön okay da komm ich auch nicht dran bin ja mal gespannt wie lange so ein Knochenbruch in rot ohne Schiene hält so eine Bank gibt sechs Holz ne ich sag ja du kannst die ja alle weg machen dann hast du wahrscheinlich auch holz nebenbei genug gesammelt man kann nie genug holz haben das stimmt so die schlägen noch ab bauen wir uns mal hier einen aufgang zum schlafen bauen wir direkt noch ein paar holz rahmen ich und die holz rahmen so da äh 50 komm ich hin gerade so dann mach ich erstmal 30 mhm so perfekt die hauen wir auch noch weg warte mal so und das machen wir zu ich baue hier meine Hedge noch rein gleich falls man hier mal durchkommt und so weiter so weiter ja genau so und jetzt müssten wir quasi hier weiter bauen äh Leiter ich brauche Leitern Leiter noch so zehn Stück bestimmt und was habe ich denn jetzt hier gemacht warte mal so ich will es gar nicht wissen ich wusste nicht dass man Leiter in der Luft anbringen kann Entschuldigung so äh ja die ist falsch die hängt in der Luft kein Scheiß einfach so ja so so Mission 1 erfüllt hier Aufgang ich mach den mal direkt ein bisschen breiter sonst fliege ich hier jetzt mal runter mhm besser ist das da muss ich jedes mal die Holzschräger weg hauen merke ich gerade ja was machst du schönes äh Holz und so sammeln Holz und so ist gut cutten hab ich auch schon ein bisschen sehr gut was sagt denn hier mein Knochenbruch äh 50 Minuten alter Schwede so mein letzter Stein da muss ich eh raus auf in Pero doch das ist w w w w w Vielen Dank. So, reicht jetzt. Das ist eine gute Aufgabe für die Nacht, das zuzumachen. Wir kommen jedenfalls hoch. Ich check das mal eben. Wenn die Leiter benutzen kann. Jawohl. Hier bauen wir dann auch noch eine Hedge hin. So, die kann ich scrappen erstmal. Achso, jetzt habe ich hier eine zu viel. Weh, ich habe einen Honig gekriegt. Das ist gut. War schon zwei. So, dann haben wir zwei Klappen, die uns schützen. Wo Zombies. Sehr nice. Boah, bin ich langsam. Bist du so überladen, oder? Bist du auch so langsam? Ich bin nicht überladen, nö. Achso, guck mal, ich wollte doch meine ganzen Fressalien nach links in diese eigene Trude erstmal packen. Okay, die ist auch schon voll. Der Sarg ist schon voll. Die ist auch schon voll. Scheiße. Packe ich mir mal erstmal einen Sarg. In den Sarg. Ins Sarg. Sehr schön. Kochdorf, nehme ich mal direkt eine raus hier. Haben wir hier schon Lagerfeuer? Nee, ne? Nee. Braucht keine Steine. Scheiße, Kochdorf. Ach, macht den jetzt. Skillen kann ich auch nix gut. Ach, kommen wir zwei Zombies. Ja, ich komme. Zombies gehört, ich komme. Ich renne, das glaubt man gar nicht. Boah, ist die Austausch mit Futsch, ey. Ich glaub, bis du hier bist, hab ich die Beine schon tot. Ich schieß schon die ganze Zeit. Stirb. Gucken, ich hab doch jetzt da vorne gerade eine Brücke gesehen. Eine Brücke? Ob es hier auch Wasser gibt. Das wär gut. Ich hab meinen schon gesippelt, ey. Ja, hier ist Wasser. Kleiner See. War doch schon mal gut. Was willst du mehr? Und zack, sagt er mir, ich bin durstig, brauche Flüssigkeit. Ah ja, Brücke sehe ich auch jetzt. Ich hol mal hier ein paar Steine rein, dann baue ich ein Lagerfeuer und dann. Hast du schon Wasser geholt? Ne, ich hab meins ja noch. Ich bin nicht so versoffen wie du. Hallo, ich war fast tot. Immer diese ausreden. Oh, schön, das ja. So. Reparieren. Ich höre schon wieder Zombies. Ja, irgendwo am See waren, glaube ich, gerade ein oder zwei. Nehmen wir den Brocken hier auch noch mit. Lagerfeuer. Harte auf Stamina, ich geh mir in Wasser kochen. Lagerfeuer. Direkt eins herstellen. Ich baue das dann mal erst mal unten hin, aber ich würde mich unten nicht zu breit machen dann. Dann würde ich sagen, wir machen das so alte Taktik, unten alles voller Fallen. Und das Zwischendeck nehmen wir uns dann, oder? Diese Zwischenetage, die wir jetzt da nach und nach bauen, machen wir hinten am Plan. Ja, oder? Eingang hier, Leiter hoch, oben breit machen, unten alles wegholzen. Und dann haben wir die Pfeilen hier unten. Dann kommen sie durch, müssen erst mal durch die Pfeilen. So, das brauchen wir nicht, das Lagerfeuer ersetzen wir uns gleich. Papier kann hier rein, das ist alles, das kann hier rein. Blei. Das brauchen wir zum Kochen. Das zum Verwerben. Fleisch nehmen wir mit. Eier auch. Kochtopf. So, so, so. So. Ei. Das ist hier Kochtopf, Kochtopf Achso, guck mal, Bücherregal Woodsplitter, Alter, komm mal her Ach ne, kannst du nicht, scheiße Also wenn du eine Stufe 2 Axt hast Hab ich hier eine Mod für dich, die mehr Holz sammelt Wow, sehr geil Du craft high tech, two weapons and armor Und armor Also ich meine, das ist so eine Woodsplitter Mod Hier steht nur Schematik Irgendwas, aber was kann die Schematik Wo sehe ich denn so Details von ihr Rezept Ach, das ist die Schematik Um die Mod herzustellen Und das würde dann heißen 15% mehr Damage gegen Holz So ist es gemeint Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt Nö Was haben wir hier Nix wichtiges Doch, hier Blümchen Dann pack mich mal so lange das Lagerfeuer auf den Gebietstein Auf unseren Altar Ja man, ein bisschen Feuer an Kochtopf rein Ich hab lange nicht mehr gekocht Wo ist mein Wasser hier Ne, so doch Hier Rezepte Rezepte Flasche Wasser Zwei Stück Zack Fleisch Fleisch Rezepte Schinkenbrot mit Eiern Kochtopf Ich kann es nicht kochen Weil das Achso Muss ich ja skillen Auf Koch Ne Da mach ich wenigstens ein bisschen verkohltes Wildbrät Ne So, vier Stück Äh Ne, 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 ne Was, ne Nicht machen Wir können lieber gleich ein paar Zombies killen Und dann setze ich den ersten Punkt ins Kochen Willst du so einen Koch machen? Ja Ja gut Dann spare ich das So, mein Wasser ist fertig Aber ich kann noch Tee machen, oder? Ne, für den Tee muss er auch Koch sein Ja, dann gehen wir doch einfach mal hier die Straße jetzt entlang, schnell Ja, ich bin nicht schnell Ja, ich gehe schon mal vor Dann packe ich die Frisalien wieder in den Sarg rein Erstmal ist er gegenüber direkt Fleisch, Eier, hier Chrysanthemen Karten kann ich hier verarbeiten Leeres Glas, ist klar Äh Eisen brauche ich jetzt so auch nicht Wohl doch, dann könnte ich die Hedges noch verstärken Und das machen wir direkt zu Stofffetzen Äh Haben wir noch Eisen Dann nehme ich das mit Eisenbruchstücke nehmen wir auch Mh Bruchstücke Eisen Ach ja, warte Ich komme auch mal eben leer machen Dann zerlege ich die einmal Und dann kann ich nämlich Ähm Die Hedges noch gut verstärken Kann auf Eisen nie stark genug sein, glaube ich Ich glaube ich auch Hast du noch Karten? Ja Nämlich Warte, ich lege im Sarg Mhm Gut, dann machst du Koch Das ist doch schon mal eine Ansage Dann machst du auch Äh, Trunordnung Das stand nicht hier in meinem Vertrag Würde passen Mh, Karten, sehr schön Dann machen wir direkt hier Verbände Stofffetzen Und erstmal die normalen Verbände Was wollte ich tun? Eigentlich kochen, aber ich darf ja nicht Genau, dann gehen wir jetzt Zombies töten Komm Ja, ich komme ja schon Habe ich jetzt genug? Ja, genug Eisen habe ich Geh mal vor Ich könnte jetzt was essen Ja, deswegen gehen wir jetzt Zombies töten Da sind auch ein paar Häuser Vielleicht kann man da noch ein bisschen was an Loot rausholen schon mal Ich eile Duct Tape Du hast Duct Tape? Eins Warte mal Äh Komm mal zu mir Komm du zu mir Dann habe ich alles für deine Schiene Äh, schon wieder ein Honig Komm mal her Ja, der Tipp mit dem Holz war gut, ne? Ja Immer schön Abkrabbers dann So, Schiene wird gefertigt Das ist nice Sehr schön Dann benutzen wir die direkt mal Mal gucken, wie lange der Buff jetzt noch geht Äh 29 Minuten, aber geschientes Bein Das heißt, ja Ah, okay Das geht schon Aber im Kackbio, um ehrlich Können wir nicht irgendwie im Wald die Straße hochgehen? Das war jetzt hier direkt in der Nähe Außer ist das doch gerade verbrannt Ja Hast du doch gerade gesagt, ist nicht so schlimm Ja, noch nicht Da überhitzt man halt nachher schnell, ne? Aber gut, ist ja Das ist nicht so weit weg von zu Hause Ah, wir haben ja noch Zeit Das ist nicht so weit weg von der Straße Und jetzt ist es so weit weg von der Straße Und jetzt ist es so weit weg von der Straße